Feel it! Ew, ew, ew. Wie viele Waffen kann man jetzt nehmen? Oh, immer noch drei. Aber wann kann man denn vier nehmen? Irgendwann später. Demnächst. Bei Ihrem Volvo-Händler. Naja, also demnächst ist es nicht. Und auch wenn Sie so nicht gehen. Mh, hm. Kann man da ist. Fynn. Oben steht einer. Naja. Der ist weg. Lol. Fress mal die Kugeln. Kleiner Wichser. Können doch alle nix. Das ist noch einer. Naja. Nicht foxen wir zurück ins Haus. Bleib da, wo du herkommst. Oh, du bekommst dich nicht down. Oh mein Gott. Schier was fallen lassen, der Mongo. Jawoll. Da sieht doch was rauskommt. Warte. Kommen doch wieder welche. Da hinten sind doch welche, oder? Geht's bei dir? Ja, ja. Artikus nach Land. Ohohohoho. Aber nice. Alter. Ohja. Ah, schön. Kann ich das aufsammeln? Haha. Nein, schau. So, ich guck mal noch den da links. So, sag mal du mal hier die ganze Wichse auf. Wo ist denn der Chris? Der ist schon weiter. Was macht denn der da unterm Ding? Nee. Ich weiß nicht wo lang. Einfach drauf. Da oben steht er. Ja. Rot ist fast. Ja. Krass. Frist Granaten, meine Kinder. Let him burn! Alter. Wieso treff ich den nicht? Lol. Ach so, wollen wir ein Bäschen. Stray and Tray. Oh, kommst erstmal richtig dick eins serviert hier. Ach, schade schon tot. Hat's noch wer? Ne. Die SMG Muni geht raus hier wie warme Semmeln Oh ja Oh, rücke Viecher hier unten Oh ja Sag jetzt nicht, dass er hier hochgesprungen kommt, das wäre geil Die machen nur ihre Fresse auf, das ist gut So, weg dieser Nur auch ein dicker kommt Hallo meine Kleinen, meine Kinder Die gehen ja mit den Steinbällen um wie Nein, 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 meine Muni Oh ja Da waren es jetzt endlich alle Ja, hier sind gerade für die, so, Helf-Pfalde Das Nachladen dauert ewig Ich komme ja schnell hierhin und sammle das auf, bevor es verloren geht Hier, Geld, 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 Geld Nur nichts verkommen lassen, ne Ja, ja Oh, du Scheiße Warte, Alter, da kommt mal irgendwas Kann ich nicht ein, wenn ich schieße, du musst schießen Alter Kill ihn, na gut Alter Alter, da lacht selbst mein Charakter Mensch Schi haben was gemacht Schönes Ding Gehen wir noch irgendwas Ne, leider nicht Ja, wir müssen zurück Ihr könnt schon, Muni kaufen oder so Ach ja, ist das mit wieder schön Ging ja richtig flüssig, zu dritt, also allein ist es wesentlich schwieriger Ah Wer versucht noch schwer schnell zu reisen Muss jetzt noch ein bisschen schrottlos werden Nein Das hier Das hier Das hier Das hier Das hier Das hier Ich habe auch neue Granaten Warte mal Schock oder Explosiv So, ich habe jetzt Schockgranaten So, ich habe jetzt Schockgranaten Jetzt kann ich die hier verticken Und wie viel kosten die? 290 Und die, die ich jetzt ausgerüstet habe 223, dann sind meine wohl besser jetzt Die hier So Ich habe auch ein paar Schilder, warte mal, die muss ich auch noch loswerden jetzt Zack Hm Moment Ihr könnt schon mal reisen Jo Jetzt können wir reisen Das ging gut Ich gebe gleich die Quest ab, wenn es geht Steht unser pinkes Auto noch da? War es jetzt pink oder rosa? Ich muss mir kurz was zum Ding holen, zum Schnalzern Oh Dengo, please Ihr könnt schon mal weitermachen, ne? Ja, mach mal Keine Angst Zeit für ein liebes Relakungsverfahren Oh ja, da ist ein Pinker Wagen Soll ich bei dir mitfahren? Nö Soll ich die Quest ab? Ich gebe die Quest ab Fahre ich richtig? Ja, so grob Sollen noten Ach du schießt mich, drum Ich dachte mir grad schon Ich dachte mir grad schon Ich dachte mir grad schon Do not underestimate him Underestimate him Nein, wir werden nicht euch unterschätzen Keine Sorge schätzen ß Hey Wichser Dann wir Intro Ey, die Waffe ist wie Rambo ey Wie das MG von Rambo mein' ich Padanadanadan'dada So du wartet auf mich? Ja Nee, links war eine Gäste Okay Die haben wir schon wer gehört Mal schauen ob es funktioniert Komm mal her Was macht ihr denn? Ah ihr seid voll auf die Trau Kommt mal mit Warte warte ich weiß wo wo noch eine Waffenkiste ist Hier unten drin Ach ne da kommt jetzt irgend so ein Viech Nein, ich bin gleich Level 14 Dann sollte es wie kein Problem sein Oh, ich hab hier ein Schild aufgenommen Und ich schau nie hin was es für einer ist Da kommen welche unten rausgekraut, pass auf Oh 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 So was gibt's denn hier für eines? Ne Explosions Schottie haben wir nice Wer will die? Wie ist egal Wie ist alles Wie ist alles Wie ist alles in den Waffenladen gucken? Will die keiner haben? Oh Waffen Oh Kann ich jetzt Level 16 verwenden? Oh Oh Och ja So ich hab jetzt meine Duration Ich hab jetzt meine Duration erstmal wieder Hochgemacht Das kann nix Mathe ich suche mir grad noch ein Viech So, verzimpeln Was gibt's denn hier Feines? Denselben Revolver, den sie da Die Blast Viper Die hab ich vorhin in der Truhe gefunden Ah Da gibt's ja ganz Sniper mit 6 Schuss- und Explosionsschaden Er ist ab Level 15 verwendbar Willst du das nicht haben, Shadow? Was denn? Das VRR Detonating Sniper Wo denn? Hier im Waffen-Shop Achso, ne Oh Ja, ich hab's mir jetzt gekauft Mein altes Sniper hat zwar 2 Feuerschaden Aber ich brauch ein bisschen Detonation Bauer brauche ich Wo gehst du, was macht denn der Sandro grad? Wo sind der? Ich hab die Quest fertig gemacht Ok Ich schieb dich da weg Wo schiebst du mich da rein? Ich komm hier nicht rein Ich muss dann erstmal zurück Alter Alter Bist du behindert? Ich schubst es dir um, warte Na, geht doch Wir müssen da glaub ich lang, oder? Nein Nein Jawohl, es kommt drauf an welche Quest du jetzt rein haust Aber egal Welche haben wir denn drin? Breaking Wind Wir müssen Turbine anmachen Kann man da drüber springen? Nein Doch Was nicht? Kommt man echt nicht drüber Fall die unsichtbare Wand, ey Flatschi 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 Wuuu Wuuu Alter sind da viele Viecher Flatschi 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 Alter, der ist voll über mich drüber geflogen. Nein, nein, nein. Nein, ich meine, sein Torso ist voll über mich drüber. Die Beine rechts und links. Da oben haben wir eine Waffenkiste, oder? Ja. Boah, das ist ja fetzt. Hier liegt sehr viel Geld rum, hat man kurz. Oh, oh. Na toll, ich bin ausgestiegen. Piss dich. Ihr wolltet es ja nicht anders, das ist das Viecher. Das Viecher, ey. Noch nur in Ruhe hier ein bisschen Muni und Geld aufsammeln. So. Und Granaten. Oh, ja. Hier liegen noch ein paar Beine. Wen gehören die Beine hier? Die müssen sofort aufgereimt werden. Und was gibt's? Was gibt's, was gibt's oben? Oh. Wow. Ich hab hier mal Freunde. Ah ja. Huuu. Soll ich sie flatschen? Ja, ich hab kein Muni mehr. Flatsch, flatsch. Flatsch. Ah, schön. Schau, dass man dich nicht flatschen kann. Ich kann nicht nur rumschieben. Hast du schon die Waffenkiste oben aufgemacht? Bin gerade aufm Weg da hin. Ich will nur sehen, was drin ist. Nichts ist drin. Die ist schon offen. Oh mein Gott. Lass mein pinkes Auto in Ruhe. Pink, rosa, wie auch immer. Ist alles schön. Alter. Geil. Ich treffe mal hin. Ah. Was müssen wir denn jetzt machen hier? Da müssen wir hin. Hier gar nichts. Doch, dass irgendwas. Hier. Ja, genau. Die Dinger aktivieren? Ja, genau. Und jetzt müssen wir... Zurück. Sag mal, mal in Sand drauf. Ne, müssen die Dinger aktivieren. Haben wir doch schon. Hab ich doch schon längst. Der Chris macht die schöne Mission hier, während wir nur scheiße bauen. Haha, okay. Ne, 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 ne. Sehr schön. Ne, ne, ne. Ich geb mal die Quest ab. Breaking Wine. Wow. Mit Überschlag. Wow, wir haben ein Schild bekommen. What hit the fan? Keine Ahnung, was ihn getroffen hat. Ah, ich weiß, was wir jetzt machen müssen. So ein Nest ausräuchern, zufällig. Wo geht's denn eigentlich hin? Ah, genau. Ja, da ist so ein Nest. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. No. Wuhuuu, ihr kleinen Mösen ey, ihr könnt doch nix, oh fuck. Was ist schon? Oh, Level 12er Viecher. Nein, Chris. Na ihr? Hätt mich runter geworfen. Der Chris hat dich runter geworfen, ja ja, der trollt auch gern. Na, na na, ich schieb dich mal an. Wow. Hui. Pinky Style. Ah, geh weg. Soll ich dich mitnehmen? Na, bisschen mitfahren, bisschen mitfahren. Wo ist denn der? Der Chris ist schon wieder abgehauen, um die Quest abzugeben. Komm schon rein. Schneller. Geht nicht. Oh, flatschen, flatschen. Meh. Flatsch, flatsch. Ah, fast. Nein. Uh. Warte. Flatschen, 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 flatschen. Ah, schön. Wo wir jetzt hin? Turmine. Tu sie mein. Wo ist denn das? Alter, kannst du mal aufhören uns zu ran? Hahaha. 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 Ich weiß gar nicht wo... Alter, jetzt kommt der schon wieder hier. Verschwinde. So. Hahaha. Hahaha. Schieß drauf. Na? Na? Ich fahre es umdrehen. Na? Ich fahre es umdrehen. Was musst du denn jetzt hin? Der kratte aus einfach. Ich schau grad Karte. Schau grad du mal Karte. Links runter, links runter. Gib mal du Karte und schau nach. Ja, ja. Und Flatschen. Links halten. Irgendwann links halten. Hm. Rechts. Ja. Und da vorne müsste es sein. Hammerfett. Let's just kill us. Okay. Headstone mine. Da war ich schonmal, oder? Ach nee. Nein. Nein. Aber nicht im Let's Play. Musst du sonst... Egal. Also allein war es richtig deftig, glaube ich. Ich brauche erstmal Muni. Oh nein, Boys. Hey Boys. Hey Boys. So. Lack mich am Arsch, dude. Alter, wenn wir 16er, willst du mich verarschen? Auf den Mittlerrennen, der wird rein. Ja, ja. Warte, ich schieße auf den Klein.